hallo leute und willkommen zurück da sind wir wieder haben hier dieses feld ein bisschen bearbeitet mal schauen was jetzt abgeht wie wir ihn einfach damit ärgern natürlich cool ja super haben wir den nächsten oh nein dass mich in ruhe noch mal will ich mich mit dir gerade nicht anlegen so wir haben auch eine menge holz jetzt mit dabei das heißt ich werde gucken dass ich diesen part im dorf beende damit ich da ein bisschen bauen kann ich möchte euch damit jetzt in diesem part nicht langweilen da ist schon wieder eine menge zum sammeln plums krasser scheiß ok mache erst mal das feld hier frisch so auch ein bisschen was eingesammelt hier ok nö dir hilft keiner auch ja da haben wir ihn bekehrt oder eher gesagt in die knie gezwungen so dann fangen wir an zu arbeiten ja das ist der plan so was hast du jetzt ok ich soll darauf das ist echt episch ok wir sollen immer noch weizen ernten irgendwas habe ich gerade weggepackt und ich weiß nicht was das ist So, dann haben wir da jetzt auch noch ein bisschen mehr. Dann bauen wir drei Vogelscheuchen, eine für hier, okay Monster erscheinen bei der Siedlung, von wo? Da. Ha, ihr habt keine Chance. Ach, da ist einer, der ist schon auf der Flucht. Super. Da haben wir jetzt die Monsterchen besiegt. Okay. Das ist schon mal alles ganz nett. Oh, oh. Wurmfutter? Ah, ich soll das jetzt anpflanzen, das Wurmfutter. Okay. Ach ne. Ah, das ist ja genial. Das ist echt genial gemacht hier. Cool. So, und was hast du jetzt zu sagen? Hm. 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 Okay. So, wir können die Siedlungstufe erhöhen. Nice. Siedlungsstufe 2. Die Bewohner werden zu erfahrenen Flügern. Ja. 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 Cool. Wenn du das ganze aufpäppst. Los geht's. Ja. Okay. Ja. Ja. Das ist gut. Ich werde die Erde sehen. Ja. 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 Also, ja. jetzt bauen ja baut mal flügt mal macht euch endlich nützlich kann ja nicht sein alles muss man selber machen grünfelder bauern ziehen bei uns ein cool ich glaube da baue ich die scheune ja na klar als team sind wir stark so hier schon mal den ganzen schmutz weg ja 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 deine aufgabe kann ich jetzt abschließen ok der kleine fühle der 60 knall cool idee gefällt mir ja ja ok ich brauche jetzt hier die dielenböden ich glaube ich brauche da noch ein paar mehr ja ja ich habe so das gefühl es wird der moment kommen da wirst du das ihr wieder ändern und wirst irgendwas bauen wollen so scheune bauen scheune bauen ach weißt du was wilfried leg los wir brauchen hier erstmal einen ordentlichen boden gut mehr wollte ich von dir nicht gut 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 naja natürlich wieder eine große tür geiler scheiß da ist wieder was zum ernten total das futter vergessen gut haben wir hier wieder ein bisschen was geerntet das ist gut so so haben wir uns jetzt mal ein bisschen stroh angelacht so wieder was gebaut monster also ich werde auf jeden fall hier noch dem zaun bauen nach der folge Was ist das? Türvorhang? Okay. Ah, davon brauche ich welche. Okay. Bauen wir auch gleich mal. Jo. Läuft ja richtig hier. Okay. Okay. Zweimal Tau. Viermal Holzhaufen. Was bist du? So. Dann. Okay. Ja, dann war das ja total schwachsinnig, dass ich euch gebaut habe. Gut. Okay, das steht. Okay. So, machen wir mal ein bisschen Licht. So, herausnehmen alle drei. Herausnehmen zwei. Davon alle. So, Schweine ist fertig. Ich glaube, ich muss mal wieder auf die Glocke schlagen. Dann ist der Part auch schon fast zu Ende. Wieder 43. Gut, jetzt will ich hier hoch. Runter. Okay. Habe ich jetzt eigentlich schon in beiden Räumen zwei Betten? Ja, dann packen wir hier noch ein drittes hin. Super. So, dann machen wir erstmal... Ja, das Feld hier ist jetzt größer geworden als ich dachte. So, ein bisschen unübersichtlich. Gut, da haben wir dann wieder was fertig. Gut. Gut. Ja, Leute. Das war's dann für diesen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin frische ich das Ganze hier ein bisschen auf, versuche möglichst keine Aufgaben zu machen und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.